Hallo liebe Leute und willkommen zu einem ganz kurzen Infovideo zu dem Bau-Event, das heute auf dem Crafted Dimension Server stattfindet. Das Ganze findet im Survival statt, das habe ich gar nicht so betont in dem Video am Montag. Das heißt, ihr habt Game Mode 0 und ihr habt ein Starter Kit, das heißt eine Schaufel, eine Spitzhacke und eine Axt. Ähm, und, ähm, ihr findet euch auf einer Map wieder, in dem ihr in einem Umkreis von 1000 Blöcken um den Spawn freibauen könnt. Das heißt, es gibt keine Grundstücke, äh, es gibt, ähm, ja, es gibt da keine Grenzen sozusagen, die da gesetzt sind. Das heißt, ihr spawnt dort, ihr habt euer Starter Kit, ihr müsst, ähm, ihr müsst, äh, minern, ihr müsst euer Stoff selbst abbauen und könnt damit dann euer Haus bauen. Ähm, ja, euer Haus sollte trotz allem nicht zu groß werden, das heißt, wenn da jetzt einer irgendwie ein, äh, keine Ahnung, was, ein Rathaus oder so hinbauen will, dann wird's problematisch. Das heißt, ähm, nehmt da ein bisschen Rücksicht auf die anderen, die wollen auch ein bisschen Platz haben, das heißt, äh, nehmt euch da jetzt nicht zu viel Platz da. Ansonsten gibt's noch ein bisschen was zu den Mobs zu sagen, denn passive Mobs sind an, sprich Schafe, Kühe, etc. Und Monster sind ausgeschaltet. Äh, PvP ist aus, ebenso ist der Fallschaden deaktiviert. Der PvP wird aber angeschaltet, sobald das eigentliche Bauen fertig ist, denn dann wird die Map gesaved, ihr könnt sie dann runterladen, im späteren Verlauf. Und dann wird das Ganze umgewandelt zu einem riesigen Hungerspiel. Das heißt, PvP ist dann an und ihr könnt euch bekriegen, ihr könnt das Haus von eurem Nachbarn abfackeln und so weiter und so fort. Also da sind dann euch keine Grenzen gesetzt. Ansonsten gibt's noch ein bisschen was zu sagen, ähm, zu dem Video von am Montag. Und zwar, wenn ihr das erste Mal auf dem Server joint, dann müsst ihr, müsst ihr ein, äh, Tutorial durchlaufen. Äh, das hab ich am Montag gezeigt, wie das funktioniert. Ihr müsst da eigentlich nur durchlaufen durch die Gänge. Ähm, schaut euch trotzdem das Tutorial an, wenn ihr da noch nie auf dem Crafted Dimension Server wart. Ähm, das Ganze wird auf Twitch gestreamt. Und zwar auf zwei Kanälen. Zunächst einmal auf dem Kanal von uns. Das heißt, www.twitch.tv slash MrCreativeIV. Und zum anderen noch auf dem Twitch-Kanal von Crafted Dimensions. Also das ist dieselbe URL, www.twitch.tv slash Crafted Dimensions. Ähm, unser, ja, unser Stream ist nicht so gut in der Regel. Ähm, weil wir da keinen so guten Upload-Speed haben. Also es kann sein, dass wir irgendwann im Verlauf von dem Event, äh, unseren Stream beenden. Dann habt ihr aber immer noch die Möglichkeit, auf den zweiten Stream von Crafted Dimensions zurückzugreifen. Ja, ansonsten lasse ich Fraps immer mitlaufen. Das heißt, ich bin jederzeit in der Lage, irgendwas aufzunehmen. Äh, was ich auf jeden Fall aufnehmen werde, ist dieser, äh, dieser Fight am Schluss, wenn das Bauen fertig ist. Weil ich glaube, das wird ganz spektakulär. Und, äh, da werden wir bestimmt ein paar coole Bilder sehen. Von brennenden Häusern bis hin zu flüchtenden Spielern. Ähm, das wird dann auch auf YouTube hochgeladen. Aber das Event wird, glaube ich, zu lange, um das, äh, auf YouTube gescheit hochzuladen. Ähm, ansonsten gibt's noch eine Anlaufstelle, und zwar den TeamSpeak von Crafted Dimensions. Die URL ist crafteddimensions.eu. Ähm, schau da einfach, äh, in der Videobeschreibung nach. Dort findet ihr die Links zu Twitch und auch zum TeamSpeak. Dort könnt ihr euch, äh, äh, dort könnt ihr euch sammeln im TeamSpeak mit euren Freunden und könnt dann dort über Sprachkommunikation dann das Ganze regeln. Ähm, das war's von mir. Wir sehen uns hoffentlich in zwei Stunden um 14 Uhr auf dem Crafted Dimension Server. Äh, wenn ihr spawnt, dann ist dort vorne ein Schild zu sehen bei dem Willkommen auf Crafted Dimensions. Dort klickt ihr drauf, dann kommt ihr direkt auf die Map. Das war's von mir. Ich freu mich schon und sag tschüss, bis später. Macht's gut.